Ja, ich habe es versucht, aber ich habe es nicht gerade geschafft. Nein, ja, es wäre hinten fantastisch. Da muss man auch noch ein Bierchen zahlen für das. Nachher macht er noch selbst einen Assisten. Nein, ja, er ist ein sehr guter Goal. Und er hat natürlich auch seinen Teil dazu beitragen, dass wir heute wieder zu Null spielen können. Ja, ich glaube, die letzten Matchen haben wir als ganze Mannschaft sehr gut verteidigt. Wir haben von vorne bis hinten. Ich meine, es fängt schon vorne beim Stürmer an. Und wenn alle mitmachen, dann ist es schwer, gegen uns das Goal zu machen. Und ja, im Moment funktioniert es sehr gut. Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist einfach so, dass wir im Moment sehr gut drauf sind. Ich glaube, seit dem Wohlenspiel sind wir nochmals näher zusammengerückt als Mannschaft. Wir sind alle gut drauf. Wir wissen alle, was wir können. Und ich glaube, da sieht man einfach, dass wir sehr viel Qualität in der Mannschaft haben. Und dass es, wie gesagt, schwer ist, gegen uns zu gewinnen. Ja, wir haben, wie gesagt, einen guten Laufens gehabt mit vier Siegen. Aber es ist vielleicht auch mal schön, die einen den Kopf zu lüften, um ein bisschen runter zu fahren. Ich meine, es waren intensive Wochen. Und für die anderen ist es sicher auch schön, wieder in der Nationalmannschaft dabei zu sein.